Der Bayern 3 Fitnessfrühling. Max Giesinger gegen Sebastian Winkler. 1230 Stufen, 189 Meter. Wer ist schneller? Jo Mr. Winkler, schnall dich an. Ich habe mich jetzt vorbereitet. Ich bin in die Berge Hamburgs hoch und runter gejoggt und bin ready. Mach dich fertig du mit deiner Radioplauze. So, ab geht der Run. Giesinger, du hast keine Chance. Ich war nie stärker als jetzt. Du bist der Letzte von 80 Millionen, du Sänger-Sau vom Kiez. Mittendrin sind wir im Bayern 3 Fitnessfrühling. 6 Millionen Minuten Sport sammeln wir. Und so viele von euch machen mit. Wir machen mit. Vincent Weiß hat mitgemacht und Max Giesinger möchte jetzt auch mitmachen. Und sagen wir es mal so, ich war noch nie so froh, nicht der Sebastian zu sein wie heute. Wir haben tatsächlich keine Ahnung von den Fitnesslevels von beiden. Ich sage es mal so, die Sponsorenanfragen für Max lassen vielleicht eine Tendenz erkennen. Adidas, Puma, Nike wollte dich sponsern. Bei Sebastian war es Miracle Whip, Ikea Couches und McDonalds. Go! Ich mache noch kurz ein bisschen langsamer. Halbzeit. Oh Gott. Ich muss echt ein bisschen Pause machen, sonst reihe ich euch in die Bodycamp. Mach dich fertig, du mit deiner Radio-Plauzen. Los, durchatmen. Wo warst du die ganze Zeit? Ich kann mich belaufen. Max, durchatmen. Okay, ich habe Bock. Fertig. Ich habe Bock. Go! Geil. 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 Wow, krass! Alter! Wie viel, wie viel? Ich hab ziemlich viel abgekürzt, oder was? Ich bin einfach nur immer hoch, immer hoch. Wow, krass! Krass, Alter! Wenn Olympia stattfindet, nehmen wir Zeit. Du siehst noch viel weniger fertig aus. Hast du geschmückt? War schon krass anstrengend, ey. Ja? Aber du hast gewonnen. Also Chapeau nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Ey, das hast du geschlagen, mein Lieber. Du auch. Und das heißt aber, bei nächster Gelegenheit gibt's eine Revanche. Ja, du hast meine Nummer, melde dich auf jeden Fall. Mach ich. Mal gucken.